Von WhatsApp kennt ihr die Funktion bestimmt. Ihr könnt die Benachrichtigung zum Beispiel von einem nervigen Gruppenchat einfach ausschalten. Aber wie ist das mit Spielen? Spieler-Apps, die euch ständig daran erinnern, dass ihr mal wieder spielen könntet, obwohl ihr gerade vielleicht was anderes machen wollt. Auch diese Benachrichtigung kann man ausschalten, nur meistens leider nicht direkt in der App. Wie das geht, das erkläre ich euch heute. Zunächst müsst ihr eure Einstellungen öffnen. Und dann könnt ihr auf Benachrichtigungen klicken und eure Apps werden euch angezeigt. Hier könnt ihr mit dem blauen Häkchen entscheiden, ob eine App euch Benachrichtigung schicken darf oder eben nicht. Ihr könnt aber auch eine App öffnen und dann werden euch noch weitere Einstellungen angezeigt. Zum Beispiel der App-Symbolindikator. Der zeigt an, wenn zum Beispiel eine App eine Benachrichtigung hat, dann ist so eine kleine 1 oder 2, je nachdem wie viele Benachrichtigungen sind, an dem App-Symbol direkt auf eurem Screen zu sehen. Das könnt ihr zum Beispiel ausstellen. Oder ihr sagt, dass die App keine Töne einfach machen darf. Auch das könnt ihr einstellen. Und ihr könnt einstellen, ob die App auf dem Sperrbildschirm auch Benachrichtigungen anzeigen darf. Ihr könnt ihr Inhalte anzeigen, ausblenden oder keine Benachrichtigungen anzeigen auswählen. Diesen kleinen App-Symbolindikator kann man auch für alle Apps auf einmal ausstellen. Dafür in den Benachrichtigungen oben einfach direkt den Haken bei App-Symbolindikator auf Grau schieben. Die gleichen Einstellungsmöglichkeiten habt ihr auch, wenn ihr in euren Einstellungen direkt auf Apps geht. Hier könnt ihr ja alle möglichen Einstellungen vornehmen zu euren Apps und da könnt ihr auch, wenn ihr eine App öffnet, unten auf Benachrichtigungen klicken und damit habt ihr die gleichen Einstellungsmöglichkeiten nochmal. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit, wie ihr eure Benachrichtigungen steuern könnt. Ihr könnt nämlich auch auf Sperrbildschirm gehen in euren Einstellungen und da dann direkt einstellen, ob überhaupt irgendeine App euch Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm anzeigen darf oder ob ihr lieber wirklich nur Benachrichtigungen sehen wollt, wenn ihr euer Handy schon geöffnet habt. Das waren meine Tipps heute zum Thema Benachrichtigungen ausschalten und wenn ihr weitere Tipps wollt, jetzt weiterschauen.